So, meine Damen und Herren, es geht weiter hier auf der Bühne beim Sparda Jazz Channel. Die zweite Band, die jetzt hier steht, die hat letztes Jahr den Future Sounds Wettbewerb als zweiten Platz absolviert und ich begrüße sie recht herzlich. Not Machine Extended. Vielen Dank. 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 Guten Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Genau. Das nächste Stück, das nächste Stück, das nächste Stück, was wir spielen, heißt Meschawi. und das whatnot. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. 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 , Ich muss wieder meinen Hygienebeutelzettel hervorholen, weil auch das nächste Stück hat den Titel erst heute bekommen und heißt M87, wie die sehr aktive Galaxie Messier 87. Und in dieser aktiven Galaxie, da gibt es ein super massereiches schwarzes Loch und ich bin immer sehr fasziniert von schwarzen Löchern, wenn ich davon lese. Ich fühle mich aber dann eher wie ein Kind, weil ich lese davon und bin fasziniert, aber ich verstehe gar nichts, was da steht, aber ich finde es trotzdem super. Und deswegen ist dieser Galaxie jetzt ein Stück gewidmet. Und ich hoffe, Hussein spielt mit. Hussein, mach Mut, dann ist das. Ja, wir spielen M87 und direkt im Anschluss das nächste Stück, den Dab. Viel Spaß. A. 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 Vielen Dank. 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 Thank you. Danke. Danke. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.